leute 300 vielen vielen dank ich bin total baff und das team auch und wir danken euch von ganzem herzen dass ihr uns immer noch so gut unterstützt dass wir nicht mal zwei monaten 100 abonnenten mehr haben das freut uns extrem weil dann wissen wir auch wofür wir es machen vielen vielen dank und als dankeschön habe ich euch jetzt noch mal ein kleines video zusammengeschnitten von der premiere von den outtags 3 wo die besten lacher drin sind und ja habt viel spaß damit hi leute ich bin marie und ich möchte euch danke sagen dass wir die 300 abonnenten geschafft haben macht weiter so ich finde das echt mega cool was christian sich jetzt über die letzten monate aufgebaut hat das mit seinem kanal läuft das freut mich für ihn ich wünsche ihm alles gute und ich werde auf jeden fall noch mal mit dabei sein in einem der nächsten videos naja bis dahin haut rein ne moin leute vielen dank für die 300 abonnements auf lost place nord sehr geil ich wünsche auch weiterhin viel spaß auf dem kanal und bleibt dabei hallöchen ich bin janin und ich danke euch für 300 abonnenten im namen von lost place nord vielen dank und macht weiter so moin ich bin milena und wir freuen uns als team für 300 abonnenten hallo ich bin nicki danke für die 300 abonnenten moin ich bin der echte fabi und danke für 300 abonnenten hi freunde der sonne hier ist chris 2 vielen dank für die 300 abonnenten ihr seid crazy und weiter so nächstes ziel eine million okay wir wollen nicht übertreiben tausend tausend so zeit läuft attacke moin leute was geht ich bin's chris herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich werde heute gemeinsam mit dem team die premiere zu outtakes teil 3 angucken das ganze wird unten bei meinem kumpel udo stattfinden und ich werde jetzt zusehen dass ich alles runter trage viel spaß so was ich alles dazu brauche kamerazubehör stativ und gute laune so leute und ab geht's nach unten zu udo dann wollen wir mal so ich hab mal wieder zu ärger vom udo ganz aufgeklingelt das mag er nämlich gar nicht aber mir macht spaß udo kann ich vorstellen das ist udo so ich bin jetzt bei udo angekommen ich möchte euch jetzt einmal vorstellen auch der wird demnächst mal auf diesem kanal relevant sein denn mit ihm werde ich bushcraft betreiben und wir haben auch mal vor ihnen in ein lost place mitzunehmen wo er kann denn udo hat eine besonderheit udo sitzt im rollstuhl aber er ist die coolste socke die ich kenne sag mal hallo 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 das ist udo hallo 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 ha Hallo. Hi. Der kommt rein, ihr Affen. Hallo. Ach, das ist, ey, das ist der Video. Möchtest du auch? Ja, allerdings gleich wieder. Oh, das ist gut. Ich hab schon gedacht, super, toll, er denkt wieder nur an Udo und die haben uns alle gedacht, ja, Mensch. So, wo ist er auf Love, Place, Non-Adventure? Ja, nur erstmal... Fabi, willst du dann gegen uns anderes trinken? Null. Ja, Autofahrer. Genau. Ist alkoholfrei. Sobrennen und so. Was geht's los? Ich bin... Marie. Die Marie. Wer ist denn da? Ja. Ich glaube, ich hab geträumt. Ich muss erstmal klarkommen. Ich weiß nicht, das ist doch geil. Das ist so geil. Ich weiß nicht. Nein, moin, ich gar nicht. Moin. Moin. Hallo. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal wieder. Ich weiß nicht. Hallo. Hallo. Leute, das was mit diesem kleinen Livestream, mit diesem kleinen Video, wenn es euch gefallen hat, lasst es auch nach oben. Norddex93. Wenn ihr keine weiteren Abenteuer von uns verpassen wollt. Abonniert den Kanal. Und wir sagen... Ciao. 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 Los. Race. Nord. Adventure.